Ich bin gespannt, ob er alles halten kann. So, also nochmal zum Beispiel. Derjenige, der ihn heute befindet, hat für sein Team gewonnen. Und sein Team wird abgeholt mit dem Mannschaftskurs des FC Hansa Rostock. Von zuhause eingeladen, hingefahren nach Rostock, machen ein professionelles Training und werden am Ende auch mit einem Autofracht. Ich finde das ein ganz toller Preis. Vielen Dank an Hansa Rostock und mit dieser Frage. Das hat man richtig drauf. So, wir wollen mal an. So, so geht der jetzt Kevin Müllerse, Deutschlandschef Arjun. Und hier hat die 1.50. Los geht's. Claudia Schwach. So, habt die Jungs noch ein bisschen? Vielleicht werdet ihr euch jetzt ein paar Applaus, die euch jetzt sehen, die Jungs noch ein bisschen gewinnt. Und, äh, ich glaube, ich weiß nicht. Aber, los geht's. Seht Claudia. So, da kommen noch mal die Jungs. Die, die getroffen haben, gehen auf die Seite von Stefan. Und, die, die wichtig getroffen haben, gehen auf die Seite von Jungs. Und dann geht's mit Sascha Bollow aus dem kleinen Volkart. Sascha ist bereit auf Jungs gegen die Kämpchen. So, wir brauchen ein bisschen Zimmung hier. Bis jetzt, ja. Jetzt, da bitte Fortschritt. Und dann geht's mit Daniel Schulz. Der Platz bei Sascha und den Erfehler. So, wir brauchen ein bisschen Zimmung hier. Ihr habt das ja nicht mehr in der letzten Woche. Das ist einfach jetzt klar. Aufholst das schönste. Marcel, der nächste aus Brünnchen. Ist er gar nicht da? Ja, schön. Und dann für den Applaus auf Rastos. So, ich brauche wieder weiter. Oh, krass. Und der letzte steht jetzt. Kennt ihr euch da? Und wo sitzt klar der Fels? Hat er hier? Okay, los. So, jetzt geht's jetzt weiter. Die gleiche läuft noch mal. Auf geht's mit Claudia. Claudia. Ja. Ich muss mit Claudia. Oh, danke. Elisabeth, der da jetzt kommt. Ich glaube, das war jetzt mit dem jetzt zu weit zurück. Oh, hier. Ja, das war jetzt echt gut. Ich hab jetzt hier nicht mehr. Ja, wir sind ein guter Hälbchen. So machen wir die Seite Marsch. Und jetzt ist das anders. So, wenn wir die Füßen. Geplauschen. 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 Herr Kaufer, das ist die große Feier der Fehler, die bei der Wehr. So, wir können jetzt dann zum Aufschluss, das ist der Laufhaus oben. Handy, die Weggeblattung, die auch. Weisen so, vielleicht nicht der Weg. Und Handy, die Hausaufs. So, Sasan Solo. Das ist jetzt recht geschoschen hier. Jetzt gibt's das noch. Das ist jetzt recht geschoschen. Jetzt gibt's das noch. Das ist jetzt recht geschoschen. Jetzt gibt's das noch. Jetzt gibt's das noch. Weiter geht's mit Sasan. Also, Sasan. Follow me in your arms. Einer bitte zu lefter. Connect every hand. So, Sasan. Jetzt kommt's mal rein. Jetzt kommt's mal rein. Bei Sasan. Das ist so großartig. Das ist jetzt ein guter Mann, der jetzt da. Aber es ist ja so. Und dann haben wir das jetzt. Der ist jetzt ab und da muss ich was einfallen lassen. Und der muss schießen. Da ist es so schießen. Sachs hat solle, wenn wir mal hier geschenkt, wenn das alles war. Und das kommt ja halt jetzt nicht so. Wenn wir einmal sehen, wir kommen hier auch noch. So, damit ist er und es steht ein Gewinn. Der ist jetzt Sachs, Paulus, Wolfgang. Und den drei Teilseiten der Antigene, für sich Paulus, und wir haben den Reisenverein. Gut, machen wir noch ein bisschen. Dann gibt es noch mal bei Walter, hier in der FDH-Rostaus, die wir hier sind direkt. Alles klar.